Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir haben neue Spoiler zu Ravnica, zum neuen Set, das im Januar am 25. rauskommt. Und das neue Set heißt Ravnicas Treue. Wir haben hier einige Karten, die gespoilert wurden und ich habe sogar noch weitere für dich. Also ich würde mal sagen, wir springen in die Analyse. Es gibt nämlich sehr interessante Effekte, sehr interessante Karten. Also als erstes haben wir hier noch zusätzlich einige Länder, die gespoilert wurden. Und es ist natürlich kein Wunder, dass das derselbe Effekt ist, den wir bis jetzt auch haben. Bei dem ersten Set, bei den ersten fünf Gilden, nämlich zwei Leben bezahlen, dann kommt das Land ungetippt. Wenn du dich noch nicht so gut auskennst, in Ravnica gibt es genau zehn Gilden. Im ersten Set wurden uns fünf Gilden vorgestellt. Boros, Silesnia und so weiter und so fort. Jetzt kommen fünf weitere Gilden auf uns zu. Und diese fünf weitere Gilden haben natürlich auch fünf weitere Mechaniken. Wir haben ja jetzt zum Beispiel Surveil, ja also Überwachen oder Katalyse, Jumpstart. Und jetzt erwarten uns fünf neue Mechaniken. Und eine Karte hat wirklich mein Interesse geweckt, nämlich diese hier. Hier sieht man eine neue Mechanik, genau hier Spektakel heißt sie. Und ich rätsel schon die ganze Zeit jetzt, was das für ein Effekt ist. Und ich habe hier drei gute Vermutungen und eine negative Vermutung. Aber schauen wir uns erstmal die Karte an. Also schauen wir mal, was sie macht. Sie macht folgenden Effekt. Exile zwei Karten von deiner Bibliothek und du kannst sie bis zu deinem nächsten Endstep spielen. Also du kannst sie wirken. So, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, wo kann ich denn so eine rote Karte meistens einbauen? Da denke ich sofort an Aggro Deck. So, wenn wir jetzt wirklich hier drei Mana zahlen, dann bedeutet das folgendes. Ich müsste drei Mana bezahlen, um den Effekt zu wirken. Dann zum Beispiel, ich exile zum Beispiel, sag mal, oben ist dann ein Schock und zum Beispiel ein Blitzschlag. So, dann brauche ich nochmal drei Mana, dann bin ich schon bei sechs Mana. Das ist mir zu viel, muss ich sagen. Also für ein Aggro Deck. Und deswegen habe ich hier eine Vermutung, was das sein könnte. Du kannst auch gerne in die Kommentare schreiben, was du denkst, was das für ein Effekt ist. Aber ich habe jetzt folgende Vermutung. Erstens, es könnte sein, dass wir statt drei Mana nur ein Mana zahlen, wenn wir diesen Effekt wirken. Nämlich, zum Beispiel, wir kassieren selber fünf Damage. Wir selber nehmen fünf Schaden auf uns, dafür sparen wir uns Mana. Oder wir opfern eine Kreatur zum Beispiel und zahlen dann nur ein Mana. Das heißt, um Mana zu sparen, müssen wir halt zum Beispiel eine Kreatur opfern. Ist ja nichts Ungewöhnliches für ein Aggro Deck. Wenn wir zum Beispiel hier im Hintergrund sehen, hier sind irgendwelche Viecher, die das anzünden. Ich glaube nicht, dass das was mit dem Effekt zu tun hat. Man könnte jetzt vermuten, oh, der wird hier selber geopfert oder so, weil er selber irgendwie hier in so einem, ja, ich weiß nicht, in so einem Feuer steht. Aber ich glaube nicht, dass er geopfert wurde, weil dem scheint es ziemlich gut zu gehen. Also das ist so eine Vorstellung von mir, was es sein könnte, was es für ein Effekt sein könnte. Weil es gibt ja noch keine offizielle Erklärung bis jetzt. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, okay, Spektakel ist, wirf eine Karte ab und dann zahlst du nur ein Mana. Das würde zum Beispiel mit der Katalyse richtig krass funktionieren. Du wirfst eine Karte ab, die Katalyse hat und dann kannst du sie später nochmal wirken. Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du davon hältst, schreib mal in die Kommentare, was du so denkst. Ich glaube, dieser Effekt ist unwahrscheinlich. Also, dass das Spektakel ist, das glaube ich nicht. Oder was hier noch sein könnte, ist, dass es Kickerkosten sind. Aber dann denke ich mir, Kickerkosten, dann würde hier doch Kicker stehen. Oder vielleicht, was mir jetzt sogar noch neu einfällt, vielleicht ist Spektakel sogar, dass es dann einfach kopiert wird. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass zum Beispiel, wenn du eins zusätzlich zahlst, dann wird es zweimal ausgeführt. Hier sind auch zwei Kreaturen, die dann zweimal dieses Feuer hier machen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich freuen, wenn das mit dem Schaden wäre. Ja, wenn wir so eine Mechanik hätten. Ich glaube, dann würde wirklich Aggro echt eskalieren im Standard, wenn man zum Beispiel dann nur ein Mana zahlt, selber fünf Damage nimmt, ja, auf sich. Und dann dafür aber noch aggressiver reinkommt. Wir werden sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das sein soll. Aber das hat schon mein Interesse geweckt, diese neue Mechanik. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Karte hier. Diese kleine Fratzl hat nur 3-3, obwohl er sechs Mana kostet. Er ist zwar fliegend mit Lifelink, also mit Lebensverknüpfung und hat hier interessante Effekte. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er von der Karte halten soll. Also, erst mal zu den Effekten, dann können wir ein paar Vergleiche machen. Also, der Effekt ist folgender. Immer wenn er angreift, dann muss der Gegner, also der verteidigende Spieler, eine Karte diskarten, also abwerfen. Okay? So, und jetzt hier steht, also das hat nichts mit Abwerfen zu tun, sondern wenn eine Karte auf den Friedhof kommt beim Gegner. Das kann man ja auch anders erzielen. Da muss man nicht diskarten unbedingt. Man kann auch in Millen zum Beispiel, ja. Dann kriegt er eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke hier drauf. Also, der Typ hier. So, und ein sehr guter Freund von mir, der schon 15 Jahre Magic spielt. Er hat schon mir so seine Vermutung geäußert, dass wahrscheinlich das Ultra ins Mill gehen wird, ja. Bei den neuen Gilden, ich weiß nicht, was da genau passiert, aber anscheinend hat er recht. Ich glaube, dass das viel mit Mill zu tun haben wird. Aber die Karte selbst, diese Karte gefällt mir nicht, ja. Also, mir persönlich. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich etwas nicht. Wenn du da Potenzial siehst, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare, weil dann hilfst du auch den anderen Zuschauern. Kannst du mal zeigen, was du drauf hast, so, ja. Ich spiele halt erst seit eineinhalb Jahren Magic. Ich kenne nicht alle Karten. Ich vergleiche so mehr so im Standardbereich. So, aber wenn wir ihn jetzt zum Beispiel vergleichen im aktuellen Standard, okay. Doom Whisperer. Ich spiele jetzt Doom Whisperer sehr gern. Fünf Mana, ja. Ein Mana weniger kostet er. So, dann 6-6 Trampel. Der hat nur 3-3. Dann, oft, wenn du so eine Kreatur spielst, die hat ja keinen Hex-Proof, nichts. Oft wird sie sofort weggeklatscht einfach. Vor allem, weil sie fliegend ist. Oft wird sie sofort weggeklatscht, fängt ein Removal. Der stirbt einfach. Doom Whisperer kann noch zu wählen. Das heißt, er gibt uns nochmal Value. Deswegen, ich weiß nicht, was ich von der Karte halten soll, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, bis jetzt, vielleicht sehe ich etwas nicht. Ja, weil wir haben ja jetzt schon, ja, als Bayer Box Promo oder ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Also Bayer Box Karte hatten wir diesen komischen Wurm. Der hat überhaupt keinen Play gesehen. Ich weiß nicht, was man mit ihm überhaupt machen soll. Also der ist nutzlos. Und diese Karte ist übrigens genau so, das ist eine Bayer Box Karte. Also hier sieht man das hier, Bayer Box. Und man sieht auch hier dieses Design, siehst du hier in diesem Bereich. Daran erkennt man halt, dass es eine Bayer Box Karte ist. Bayer Box Karte ist, falls du es nicht weißt. Das heißt, wenn du einen Display kaufst, einen kompletten Display im Store, dann kriegst du so eine Karte dazu. Also ich weiß nicht. Also mir bereitet diese Karte keine Freude. Aber welche Karte mir Freude bereitet, ist diese Karte, Mortify. Und ich bin froh, dass die rauskommt. Ich werde auf jeden Fall sehr viel Ortshof spielen. Also das ist die Gilde, die gelb und schwarz benutzt. Das sind so Gläubige und das ist richtig krass. Mir gefällt diese Thematik so Lifeling, Zerstörung und so weiter. Und der Effekt, ich bin froh, dass diese Karte jetzt endlich rauskommt. Weil im Endeffekt wir instant eine Kreatur oder eine Verzauberung zerstören können. Und momentan gibt es so viele fucking Verzauberungen, die mich nerven. Down of Hope und dann noch diese eine andere Verzauberung, die die Tokens macht. Diese 4-4er-Engel und so weiter. Ich muss sagen, die ganzen Verzauberungen zur Zeit sind so übermächtig, dass ich einfach froh bin, hier so eine Karte zu haben, die instant ist. Das ist ja ein Spontanzauber. Und die mir im Notfall, was weiß ich, ein Galter bremst. Vielleicht macht ein Galter auf mich Druck, dann kille ich halt den Galter instant. Ja, für 3 Mana. Ja, ist natürlich nicht exilen, aber trotzdem für 3 Mana. Oder ich kann einfach eine Verzauberung zerstören. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der spielt ständig Verzauberungen. Das nervt so krass. Liebe Grüße übrigens, Viktor. Und da ist es halt gut, wenn man so einen Removal hat im Standard. So, was gefällt mir noch an dieser Karte? Was mir sehr gut an dieser Karte gefällt, ist die Seltenheitsstufe. Weil, wenn wir zum Beispiel jetzt die Assassin's Trophy angucken, die ist halt teuer. Das ist eine sehr teure Karte, weil die Seltenheitsstufe hoch ist. Der Effekt ist natürlich echt krass. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Trophy nicht so krass überzeugt, wie ich am Anfang war. Weil sie einfach den Gegner ramt. Die gibt ihm ein Land und so weiter. Nichts gegen die Trophy. Das ist wirklich eine kranke Karte. Ich spiele sie. Aber ja, so krass ist sie jetzt doch nicht, würde ich mal sagen. Kostet verdammt viel Geld. Und hier haben wir Seltenheitsstufe, haben wir Ankamen. Und dadurch wird die nicht viel kosten. Ja, also das heißt, sie wird nicht viel wert sein. Das bedeutet, sie ist für jeden leicht zugänglich. Und das ist gut, dass man gutes Removal zugänglich hat. Und das wird das Standard auch nochmal, ja, verbessern. Also da freue ich mich richtig krass auf diese Karte. So, jetzt gucken wir nochmal hier drauf, ja. Hier gibt es eine Karte, du siehst, da ist zugeklebt. Wir sehen nicht, wie sie ausschaut. Aber wir sehen den Effekt und wir sehen hier auch die Gilde. Rakdos, Fire, Vila heißt die Karte. Das kennen wir ja schon. Zwei schwarz, zwei rot zum Beispiel. Kennen wir ja von anderen Gilden. Da gibt es ja auch zwei grün, zwei weiß zum Beispiel, ja. Und so weiter. Oder zum Beispiel bei Niv-Mizzet. Niv-Mizzet ist drei rot, drei blau. Oder dieser Skeda zum Beispiel, ja. Der knisternde Skeda, zwei blau, zwei rot. Also diese Karten haben wir jetzt ja in jeder Gilde gesehen. Der Effekt ist interessant. Ich denke, die Karte wird auf jeden Fall gespielt. Also im Standard. Nämlich, wenn er reinkommt, also da so diesen Chupacabra-Effekt. Wenn er reinkommt, schießt er zwei Damage auf den Gegner. Und jetzt ganz wichtig, er schießt auch nochmal zwei Damage auf eine Kreatur oder einen Planeswalker. Auf eine Kreatur zwei Damage zu schießen, ist nicht schlecht. Aber auf einen Planeswalker zwei Damage zu schießen und noch auf den Gegner zu schießen, das finde ich nicht schlecht. Und dann noch eine 4-3 für vier Mana. Ich denke, er wird gespielt werden. Ich habe jetzt zwar keine konkreten Ideen, was man so mit ihm konkret, wie man ihn kombinieren sollte. Aber ich denke, also die Karte wird auf jeden Fall gespielt werden. Leider sehen wir hier kein Design. Also schaut hier nach einem Magier, glaube ich, aus. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man hier eine Aura. Okay, so, dann gehen wir weiter. Wir haben noch weitere interessante Karten, wie zum Beispiel diese hier. Also da bin ich ein bisschen überfragt, was die Karte jetzt wirklich da im Stand hat, ob sie wirklich wertvoll ist, was sie bringen soll. Aber wenn du das Kombo-Potenzial siehst, schreib es in die Kommentare. Ich werde sehr dankbar und ich denke, die Zuschauer auch. Also, was haben wir hier? Wir haben hier für zwei Mana folgenden Effekt. Also, zuerst legen wir sie drauf und dann für drei Mana können wir einen Counter auf eine Kreatur legen. Das heißt, machen wir mal das Szenario. Okay, wir legen mehr Volk raus. Wir legen dann zweiter Zug, legen wir diese Verzauberung drauf. Und dann dritter Zug, können wir jetzt einen Counter auf die Kreatur legen. Das ist mir ehrlich gesagt zu langsam. Also, das ist mir zu langsam. So, aber gehen wir mal durch jetzt. Was macht die Karte? Immer, wenn wir einen Counter auf eine Kreatur legen, das bedeutet nicht nur durch diesen Effekt, ja. Wenn wir einen Counter drauflegen, dann legen wir hier einen Wachstumscounter auf diese Verzauberung. Also, das heißt, wenn auf dein Mehrvolk oder auf eine Kreatur ein Counter draufkommt, ja, plus 1, plus 1 Marke, dann legen wir hier eine Wachstumsmarke auf diese Verzauberung. Und jetzt, zu Beginn deines Ankipps, wenn hier 20, also auf diese Verzauberung, wenn 20 Counter drauflegen, dann gewinnst du das Spiel. Und da habe ich jetzt verschiedene Theorien. So, ich verstehe natürlich, dass wir nicht immer diese 3 Mana zahlen müssen. Das ist mir klar, ja. Wir können auch einfach diese Verzauberung reinlegen, ja. Und dann zum Beispiel, ähm, selber die Counter drauflegen durch andere Mehrvölker. Ja, es gibt ja viele Mehrvölker, die selber voll viele Counter Spells auf ihre Verbündeten sozusagen drauflegen, okay. So, jetzt denke ich mir aber, bis ich 20 Counter hier drauf habe, habe ich doch schon sowieso gewonnen. Weil wenn ich 20 Counter auf meine Mehrvölker drauflege, auf meine Unblockbaren und so weiter, dann werde ich doch schon längst das Spiel gewonnen haben, ja. So, jetzt kann man hier natürlich spekulieren. Was kann man hier machen? Man könnte natürlich, sagen wir mal, was weiß ich, 4 dieser Verzauberung rauslegen, ja. Die sind ja nicht legendär. 4 Verzauberungen, dann was weiß ich, was brauchen wir dann? Dann brauchen wir 5 Träger. Wir brauchen dann 5 Träger, dann haben wir auch 20 Counter, ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, was man da kombinieren soll. Ich kann mir das vielleicht im Commander vorstellen, ja, dass man da irgendwelche Wuchern benutzt oder irgendwelche anderen Effekte, richtig krasse Kombos baut. Aber im Standard, ich weiß es nicht, ja. Also, du kannst das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da einfach blind bin und die Kombo nicht sehe. Aber ich würde mal sagen, die Karte ist bis jetzt nicht gut. Aber wie gesagt, ich kann mich sehr leicht irren, weil wir haben noch nicht die anderen Karten gesehen, die Support-Karten, da sind ja nur ganz wenig Karten gerade. Wir haben noch keinen Einblick so, was da möglich ist, ja. Was da noch alles noch für Unterstützerkarten rauskommen. Aber, ja, bis jetzt bin ich nicht so begeistert von diesem Effekt. Weil, wie gesagt, ich, wenn ich mehr Erfolg spiele, ich lege meine Kreaturen raus, unblockbar, Counter drauf, Kartenzieheffekte, let's go, zack, überrannt, ja. Da muss ich nicht ins Endgame, irgendwie ins Lategame reingehen und 20 Counter hier, also darauf warten, bis die 20 Counter drauf liegen. Und übrigens, da siehst du auch, diese Karte ist da schön, ja. Nehmen wir mal an, irgendein Motherfucker spielt sie viermal, hat schon, was sehe ich, drei Counter auf jeder von diesen Verzauberungen, ja. Oder was weiß ich, oder ist kurz davor, zack, spontan zerstörst du eine. Ja, Pech gehabt, hat er doch nicht gewonnen, ja. Also, es werden zur Zeit wirklich viele Verzauberungen gespielt. Ich bin gespannt, ob die jetzt wirklich, ja, gespielt wird. So, dann kommen wir zu einer nächsten Karte, die mir persönlich sehr gefällt. Sie ist auch hier ganz einfach zu erwerben. Seltenheitsstufe 1, also Carmen. Und folgender Effekt. Für zwei Mana können wir eine Karte ziehen. Und wir können ein Land aus unserer Hand aufs Battlefield legen. Also, ins Spielfeld einfach legen. So, was, warum sollte man denn sowas spielen? Ich persönlich baue zum Beispiel gerade ein Landdeck, ja. Also, das ist ziemlich gut, aber irgendwie fehlt noch ein bisschen was. Und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Nämlich zum Beispiel, erster Zug, du spielst ein Land. Zweiter Zug, du, also du kannst ja dann noch irgendwas wirken vielleicht, ja. Zweiter Zug, du legst ein Land, wartest, weil das ist ja spontan auch noch, das ist ein Instant. Und dann, end of turn, legst du ein Land raus, ziehst dir eine Karte. Oder vielleicht hast du kein Land, dann ziehst du dir halt eine Karte. Und vielleicht ziehst du dann ein Land. Und dann kannst du das rauslegen. Oder wenn du viel Land auf der Hand hast, dann ziehst du dir eine Karte. Legst ein Land, drei Land. Im dritten Zug bist du dann dran. Dann legst du noch ein Land. Dann bist du, im dritten Zug hast du vier Land. Vielleicht hast du nochmal eine Karte, ja, von denen. Dann legst du noch ein Land. Also du kannst dich reinrampen ohne Ende und du ziehst dich durch. Weil ich bin zum Beispiel, wenn ich, sag mal, so kontrollmäßige Decks baue, ja, wo ich mich reinrampen oder wo ich, sag mal, viel Kontrolle ausübe, dann liebe ich diese Kartenzieheffekte. Zum Beispiel wie revitalisieren. Drei leben und durchziehen, ja, nächste Karte, nächste Karte, nächste Karte, ja, um schnell an die Karten zu kommen, die ich halt brauche. Und das ist wirklich, ja, also das ist wirklich geil, ja, wenn man so ein Deck baut. Und ich habe Bock, so ein Deck zu bauen. Deswegen finde ich die Karte gut. Ich weiß nicht, wo du da noch vielleicht Potenzial siehst. Du kannst ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war es bis jetzt mit den Spoilern. Ich denke, jetzt werden bald regelmäßig Spoiler rauskommen für uns. Und ich werde auf diesem Kanal ganz, ganz viele Videos machen, sehr aktuell, und meine Analyse mit dir teilen. Schreib in die Kommentare, diskutiere mit, hilf den anderen Zuschauern. Und wenn du mehr Kombo-Potenzial siehst und, ja, allgemein Potenzial in den Karten siehst oder eine Meinung dazu hast, schreib es einfach. Und schreib auch einfach mal, was du denkst, was das für eine Mechanik zum Beispiel ist, dieses Spektakel. Was denkst du? Vielleicht bist du ein erfahrener Spieler, der schon, was sehe ich, 20 Jahre spielt. Ich glaube, 20 Jahre gibt es das Spiel noch nicht, aber was sehe ich, 15 Jahre spielst. Dann schreib mal deine Meinung dazu. Vielleicht hast du eine Vermutung. Ansonsten abonniere den Kanal, damit du nichts weiteres verpasst. Gib uns einen Daumen hoch für die Arbeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein! 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 Hau rein!